ABBA Ich möchte, dass jeder Hörer von TTW ein so exklusives Interview bekommt, dass er glaubt, er sei ein Verwandter von ABBA. Wo ist die Pressekonferenz mit ABBA? Die ist gerade vorbei. Die ist schon vorbei? Ja, das ist weg. Die ist also gerade weg. Zum Flughafen. Ja, zum Flughafen. Sie müssen mir helfen, ich fliege schon ein paar ausdecken Kilometer hinterlegt. Vergiss ihn, der Mann ist verrückt. Halt doch die Storze. Lieber Mann, hören Sie. Sprechprobe. Eins, zwei. Eins, zwei. Aaaaaaah! Dann selbstverständlich, wenn man eine gute Vorstellung kriegt. Wenn man einen Tag zuvor woanders auch eine gute Vorstellung gebracht hat. Aber das eigentliche Problem ist ein anderes. Wenn man von London nach Sydney fliegt, ist Schlauchbein. Und das kommt dazu. Und es ist nicht gerade schön, wenn man von 30.000 Menschen ausgebucht wird. Und es ist nicht gerade schön, wenn man von 30.000 Menschen ausgebucht wird. Und es ist nicht gerade schön, wenn man von 30.000 Menschen ausgebucht wird. Untertitelung. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020